Haha, jetzt habe ich meine dicke, fette Grundrute, jetzt gehe ich auf Karpfen, Alter. Attacke Vollgas. Schön die erste Grundrute gekauft und dann gucken wir einfach mal an dem Gewässer. Gibt es doch hier dicke, fette Karpfen, Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, Alter. Die fange ich jetzt. Genau mit dem Enthusiasmus solltest du ans Angeln gehen. Das ist genau die richtige Einstellung. Der Punkt ist, fängst du hier Schuppenkarpfen, fängst du hier Spiegelkarpfen? Wahrscheinlich nicht. Will man nicht hören, ist leider so. Warum ist denn die Wahrscheinlichkeit so gering, dass man an diesem Gewässer diese Fische fängt? Es gibt immer wieder die Frage, warum fange ich denn keine Karpfen? Ich bin noch schon Level 9 und ich habe jetzt dieses Set mir gekauft und ich will auf Karpfen angeln. Und kein Karpfen geht hier rein. Weil diese Fische hier fast gar nicht vorhanden sind, äußerst selten einfach von der Population, in denen Gewässer drin sind. Und weil vielleicht dein Setup und deine Köder noch nicht ideal sind, um quasi diese Fische zu fangen. Das ist die simple Antwort. Es ist natürlich im Großen und Ganzen, es ist immer möglich, dass du aus Versehen sozusagen so ein Fisch fängst. Also die Chance besteht. Aber es gibt bei den ganzen Gewässern einfach immer wieder Fische, die sehr, sehr schwierig zu beangeln sind. Wenn wir jetzt also hier reingucken, wir gucken mal in die ganze Fischliste vom Moskitosee zum Beispiel. Und dann gibt es einfach Kandidaten, die man nicht so leicht bekommt. Goldschleie natürlich. Sehr, sehr schwierig. Dicke, fette, große Hechte. Es geht natürlich immer mal wieder kleine dran. Aber sowas hier ist natürlich äußerst selten. Und gerade, wenn man natürlich in diesen Kaffeeaufträgen sieht, wie fantastisch viel Silber diese Fische bringen. Da denkt man doch gleich, Alden, ich schnapp mir die Rute, die Dinger ziehe ich raus und zack, habe ich 600 Silber in der Tasche. Haha, easy. Ja, das ist es eben. Leider nein. Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, Welz ist einfach super selten. Es ist absolut selten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden und Tage diese Angler, die hier in den Rekorden stehen, gejagt haben auf diese Fische. Sehr gezielt rumprobiert haben mit verschiedenen Boilies. Wahrscheinlich ist sie auch mal ab und zu was aus Versehen reingegangen. Und er hat sich dann, ja, wahrscheinlich vor Glück kaum noch eingekriegt, dass er auf sowas wie Grießbrei oder natürlich hier auf dem Erbsenbrei dann sowas hier, der sogar so eine Schuppenkarpfen-Trophy gefangen hat. Sowas ist absolut selten. Und die große Masse wird höchstwahrscheinlich eher Schläfergrundeln, Rotaugen, Karauschen und vielleicht Giebel oder Brassen fangen. Konzentrier dich auch eher auf diese Fische und versuch nicht, Kaffeeaufträge, die gerade drin sind, zu absolvieren, die man einfach nicht absolvieren kann. Denn es gibt tatsächlich Kaffeeaufträge, wo es einfach zu schwer ist. Selbst so eine Güste hier ist gar nicht leicht. Das hatte ich in den letzten Tutorial-Videos auch schon mehrfach erwähnt. Konzentriert euch nicht auf diese unteren Kaffeeaufträge. Hier am Moskito ist es tatsächlich zurzeit ganz angenehm. Genauso geht es zurzeit auch gar nicht mal so schlecht hier am Windbach. Auch das kann man durchaus noch machen. Gerade hier mit den Lauben, das ist durchaus drin. So eine Nase kriegt man vielleicht auch noch. Auch das ist halt hier jetzt gerade kein Trophäengewicht. Also hier im Moment durchaus möglich. Und wenn wir dann natürlich in die höheren Level-Bereiche kommen, wie zum Beispiel hier an der alten Festung, da wird es dann schon langsam kriminell. Denn hier sieht man, also solche Fische sind äußerst selten. Hat man denn grundsätzlich die Möglichkeit, diese Fische zu fangen? Ja. Wie fängt man diese Fische? Ihr geht hin und holt euch fürs Karpfenangeln als beste Basis sowas wie die Kartoffel. Die Kartoffel gibt es am Windenbach. Und zwar hier hinten am Windenbach, wenn ihr hier zum Bauernhof geht. Und da könnt ihr dann die Kartoffel kaufen. Kauft euch diese Kartoffeln. Dann stellt dann die Kartoffelköder selber her. Skillt dadurch, macht dadurch Skill-Punkte. Und dann rein mit der Kartoffel am Moskito. Beziehungsweise auch hier vielleicht am Windenbach kann man es testen. Ich hatte die Tage tatsächlich auf dem Hauptaccount genau hier an der Stelle. Hier ist so ein bisschen Grünzeug. Auf Made einen 3,5 Kilo Schuppenkarpfen. Sowas ist äußerst selten. Ich hatte in meiner gesamten Spielzeit jetzt mit den verschiedensten Accounts vielleicht 3 Schuppenkarpfen, 4 Schuppenkarpfen am Windenbach. Die groß waren, maßig waren und die, ich sag mal, so ein bisschen mehr abgezogen sind. Einmal so im Bereich halt von diesen 3 Kilo, aber auch mal ein um die 8, 9 Kilo herum sogar. Das war hier oben noch. Aber das ist halt, wie gesagt, äußerst, äußerst selten. Und gezielt auf diese Fische würde ich hier quasi gar nicht gehen. Ab wann geht man denn dann auf Karpfen? Erstmal sollte man ein Setup haben, was deutlich mehr Tragfähigkeit hat, als hier diese 4, 5 Kilo von diesem Feeder Set Start. Das Feeder Set Start ist dafür geeignet, auf Brassen vielleicht noch maximal zu angeln. Wenn die 4 Kilo zum Beispiel haben, da stehst du schon komplett im Schweiß und versuchst, das Ding rauszukriegen. Einen Karpfen oder einen Amur macht dich damit einfach nackig, beziehungsweise du schrottest dir damit dein Setup, musst dir sehr viel schneller ein neues kaufen oder es zur Reparatur bringen, was dich wieder Silber kostet. Und so viel Silber bringen auch kleine Karpfen dir überhaupt nicht ein. Wenn du es dann irgendwann testen möchtest, würde ich es an der alten Festung testen, heißt also ab Level 12. Und wenn du dann an der alten Festung bist, begibst du dich am besten hier ganz unten in die Ecke, in den sogenannten Fuß und testest dann hier in diesem Bereich. Denn die Fische kommen aus diesem Bereich nur äußerst schwierig weg. Bedeutet also, es gibt nur einen Fluchtweg hier quasi aus oder unter dieser Brücke durch. Und wenn du in diesem Bereich der Brücke selber stehst, fliehen die ja und gehen in die Spitze sozusagen und hauen in diese Richtung ab. Bedeutet also, wenn ein Fisch im Drill ist und du stehst vielleicht hier unten in diesem Bereich, was übrigens auch eine sehr gute Ecke ist, also diese gesamte Area hier kann man sehr, sehr gut angeln, gerade auch auf Karpfen, man wirft da vielleicht nur so 5, 6 Meter aus oder sagen wir mal 6, 7 Meter wirft man aus in das Grünzeug und hat dann hier eine super Area für Amure und für Karpfen, zum Teil auf dem Tauwurm oder einfach auf der Kartoffel sozusagen und dann geht das ab. Und dann muss man eben zusehen, dass der Fisch nach oben hin abhaut. Sollte der Fisch mal in diese Richtung hier schwimmen, selber vorlaufen, die Spannung aufrechterhalten und zusehen, dass der Fisch wieder in diese Richtung abhaut, damit er eben nicht hier durch ist. Wenn er dann irgendwann mal da raus ist, dann heißt es laufen und das wird wirklich, wirklich schwierig. Also versucht, dass der Fisch hier unten drinnen bleibt. Wenn ihr euch mal an Karpfen versuchen wollt, mit einem viel zu kleinen Setup, einfach mal in den Drill gehen wollt, dann ist das der beste Weg und dann macht ihr da eure Erfahrung auch mit dem dicken, fetten Drill und versucht, diese Brocken rauszuziehen. Gönnt euch vorher vielleicht noch diesen langen Kescher von 3 Meter, wie auch schon in den anderen Tutorials gesagt, damit ihr den Fisch auch, wenn er ankommt und in Richtung Ufer kommt, auch auf jeden Fall erreicht. Nicht, dass er dann irgendwie am Ufer irgendwo hängen bleibt und ihr dann einfach nicht drankommt. Würde ich das Ganze empfehlen? Auf gar keinen Fall. Es gibt jedoch immer wieder Angler, die sagen, ich habe Bock auf Karpfen, ich will Karpfen. Die fangen schon mit Level 5 an, nach Karpfen zu schreien. Wenn du einer davon bist, viel Spaß damit, gönn dir die Fische. Ist es effektiv? Absolut nicht. Ihr schrottet euch euer Set. Ich sage es einfach nochmal so, wie es ist. Es macht auch Silber- und XP-mäßig überhaupt keinen Sinn, denn diese Fische sind einfach zu klein, als dass sie richtig viel Silber bringen. Aber für euer Set schon viel zu schwer und machen euch halt fix und fettig. Wenn das Ganze trotzdem geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, damit du die nächsten auch sinnvollen Tutorials nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Tutorials oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.